ja willkommen mein name ist an die rolle und ich begrüße euch zurück zuletzt platz ging immer zwei feine mix in der letzten folge haben wir von port royal abgeschossen oder ja oder gegen laksin gekämpft kanal ist ja schon wieder so lange her und ja wir haben die freunde ist jetzt auch hochgelevelt buch das mal sehen die kann immer aufgehört werden super war das hätten wir jetzt auf maximum ja gut vergessen wir das weiter ich dachte ich jetzt als voll maximum aufgelöst und so war aber nein gut welche welt kam jetzt nochmals nächstes der agaba haben wir gemacht aber stimmt meine güte ich doch heute das hochgeladen wird war treu kam davor genau das heißt jetzt kommt halloween town was ja schon ein bisschen passend ist zu der zeit ist ja nur noch weil nicht eine woche oder so ein rechster oktober kommt hat halloween also nicht in deutschland aber amerika aber wir sprechen da englisch in dem spiel also immer was damit zu zu tunen und genau gut hier wie toll sag mal Das war's für heute. Da kommen wir ins Spiel. Oh ja. Oh Gott. Was geschah. Wir werden es nie fahren. Und wir sind wieder in geile Aufmachung unterwegs. Hä? Perfekte Zeit, Herr Präsident. Lied mir eine Hand, bitte? Warum läuft denn der immer noch da rum? Diese Päsenten müssen die Sandi-Claus sein. Also ich dachte, ich hätte sie zurückgegeben. Ich bin fertig. Natürlich, Sora. Ich bin fertig mit Christmas Fantasies. Du wirst das wissen. Ich bin fertig mit dem Wasser. Was? Was? Das ist nur ein Kostüm. Und Sally hat so sehr hart gearbeitet, um es zu machen. Los, wir haben noch Arbeit zu tun. objekt 2 ich auch ein skelett ist was mir jetzt das auch ist eigentlich gar nicht mitnehmen und wahrscheinlich rufen die ganze zeit einsetzen ist das nebenbei der welt in halloween town you'll be meeting them for christmas right sandy Of course Oh, but these are just a few of the Christmas presents that were stolen Stolen? Oh, Sandy, you don't think it was me? Still wearing the outfit, I see I just thought I'd dress for the occasion But, if you don't believe me, then we'll just have to find out who really did it Very well, I'll leave it to you Alright, Sora, Donald, Goofy, where are we? What? I think we have to go to the house I think we have to go to the house Let's go! das kriegt nie mehr aus dem kopf das klee von mir den als pädophil wie beschrieben hat es geht dann nie mehr aus dem kopf peter paren entführt kinder bringt sie ins wunderland danke darf weg ist gott einer jetzt kommt wieder so nerviger kampf glaube ich mann warum dass diese beiden dieses 3 es wollen kaputt und warum zu wollen wenn das gleiche schlecht liegender junge also der mir hat vor wie das knütze ich sagen könnte in einigen boss kämpfen der balken geht gar nicht unter ja jetzt mein zerstörer hier einfach als im ersten teil da kommen wir ja halt auch den zum brot sind für den einfache schön nicht sehr guter level ups aber okay wo habt ihr ihr geschenk hingetan wir haben es auch gesagt wir haben sie nicht was macht ihr dann hier und klingt und klingen die beiden gleich wir suchen nach time für die neueste schöpfung schöpfung da finkelstein was hat uns ein spiel kam an einen der nach unserer pfeife tanzt worum sollte er tun stimmt dass die docker in letzter zeit sehr hart an irgendeiner sache arbeitet haben sollte man irgendwann für die drei bauen überhaupt weihnachtsgeschenke sind langweilig überhaupt nicht gruselig oder graus ich wusste sollen sie ja also gut sein genau hier gibt es nicht was spaß macht gehen wir zurück nach halloween town ja verschwindet also vollgebracht waren diese drei diejenigen die geschenke genommen haben sieht eigentlich nicht so aus dann bleibt nur noch sally was sally auch so ein glück ihr seid alle hier ich will das nicht herz oder sind wieder auf den fall bei platz da sollst du besser wissen ich meine hier ist das unser einsatz soll nach halloween kann man einen augenblick was ist der suche nach dem geschenk die jetzt wo das erwähnt der so sind spät mit ein paar geschenken als ich sie gesehen habe da haben wir also die schuldigen wie tut der weihnachtsmann vielleicht jeden fall beschuldigen der typ nicht irgendwie der freundlichste mensch den es hier gab warum dann warum dann das so ist gewählte ich muss warten ja weiß ich glaube nicht ich habe noch besser war du wenn mich ins wunderland so übelst brutal auf der hand jetzt ausgezeichnet die artig mit dem hallo ich habe schon wieder voll kann man ja voll gut ausnutzen wo ich war ja keine formel level oder so ne jetzt einfach war nur meine rufen sachen hier warum ich ins immerland das ist der unterschied ob ich jetzt x oder dreieck drücke das bringt aber okay auch schnell level habe ich 100 dinge bekommen in den nächsten zwei parts ich heute aufnehmen will ich verbrauche ich sehen ja wohl auch dazu wenn ich so immer lang einsätze das ist nicht da aber einfach verbrauchen es wird daher geflogen erst mal sehen ach neun hat das macht sehr wohl der locker an ihr vorbei naja besten angefangen wir sagen was er wollte das sind einige nervigste gegner was sie spielen fragen dass ich noch schneller töten kann wird gut mit den rufen level sehr einsatz ich glaube weiter kann er gar nicht mehr gelabelt werden danach sie rufen leist auf 9 muss ja dann maximum sein wer hat den typen überhaupt gewählt ich bin im ersten teil auch schon mal gesagt weil jetzt mal ihr wartet hätte überhaupt gewählt dieser lichtstrahl als wir als schlüssel schwert gerade schon haben war ganz schön länger ich bringe euch dieses wunderland das war wirklich nie wieder aus dem kopf hier der pahne pädophil der strumpfhosen trägt kräft auch nicht gerade oh gott das war das das auto wenn ich auch seit dem blöden boden anreifen damit ja auch gerade vom grünen wasser ja getötet vielleicht auch vielleicht noch nicht gesund ist hey what a shame it looks like it was such a nice present uh jack oh help someone help me gut zu wissen weil haben wir damit zu tun noch ja ich habe gesessen und gegrübelt als ich plötzlich angegriffen wurde ich bin glatt umgekippt als ich wieder zu mir kamen war meine schüpfung weg keine sorge doch wir wissen wer sie gestohlen hat her die herzlose was dieser wärmlichen wichtig es ist absurd das waren ganz bestimmt keine herzlose er sich die ersten waren er kann das angewesen sein auch viel grubel schon gleichen geistesblitzen oder gut ich hätte da eine idee der die markt ganz offensichtlich weihnachtsgeschenke nun wir platzieren wir platzieren irgendwo ein paar und locken ihnen damit in die falle dieser schock ist dann derselbe der meine schriftung gestohlen hat ganz genau können wir da so sicher sein da ist doch ganz einfach wir müssen ihn nur ordentlich einschüchern oder dazu bringen ein gestecknis abzulegen dollar wird das wollte ich auch gerade sagen ich hatte sie ja von wenn wir es fürs erste mit jetzt plan versuchen was dann schleunigst du nichts haus geben ist ein schnellstens ein paar weihnachtsgeschenke vorbereiten ja hier muss ich den ganzen weg einlaufen klingt nicht so danke danke weil ganz wir kriegen es gibt sehr gut die schenke schon gefunden fast niki graus was haben wir den dieb an der angel mit weihnachtsgeschenken als ködern dürfen wir in der fabrik dürfen wir ihre fabrik benutzen bei geschenke herzustellen schenke als köder meine güte eigentlich gefällt mir erst gar nicht schon ein bisschen kooperieren ja aber das war eine gute sache ist also gut nur dieses eine mal im zweiten stock findet ihr alles und macht es nicht mit hingabe ja das nicht mit hingabe ja macht die arbeit nicht besser als ich das muss ich euch verklagen weil der weihnachtsmann verklagt ein geil besser irgendwie geil und schlecht zu seinem zeit aber ich bin wahrscheinlich nur ich so der wichtig hier sprechen los geht's ja schon ja klar wir sind schon keine geschenke herstände ich werde schon wieder lernen keine ahnung es war ein paar geschenk fähig okay nimm das ich kann man ja noch wie blöd ballern gleich schon einfach ohne hier näher durch schießen machen wir einfach hier und nerven mich was soll der scheiß die ganzen großen geschenke ja wir sehen die echten zwei wechseln ähnlich aus weil es auch geschenke sind halt was es ist ganze schlamassel werden die dazu kommen mit epic center hier die ganze fabrik geleitet hätte jenen die prügelt als wäre es nichts oh nein das ist das ist das ist das ist Was machst du? Natürlich! Und ich habe auch eine wundervolle Idee. Wenn wir den Thief für dich holen, würde ich mich gefühlt, den Gründer und Rundfunk zu verdienen. Und auf dieser Seite, wir werden gehen. Was machst du? Lass mich gehen! Ich meine, mit den krassen Bart und den Hammer und den mit der Sonnenbrille. Auf meinem Banner, ja. Stopp! Das ist nicht ich, Donald! Patience, Freunde! Bestimmten eins dieser kleinen Geschenke. Hm, passt mir an. Ah! Gorge, war das du? Warum müssen wir die Date sein? Gute Plan, eh? Autsch! Okay. Was ist das für ein Teil? Mama hat seinen Kopf als... Äh, egal. Dr. Fingelsteins Experiment. Aber... Epic Perkwist. Aber ich bin nicht irre, ist das Viech gar nicht mal so einfach. Und hier kann man sich auch... Weil hier tut man sich verauft, hier in die Antiform verwandeln. Also, ja. Keine Form, war ich sowieso nicht geplant. Und also... Oh ja. Peter Paran! Ah! Ah! Wir nehmen so! Duf, 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 duf! Den Schaden wir noch ausholen. Ja, gut davon. Schlechts mal wieder ja gewohnt. Na was? Alright, ja. Ich lass in der Luft bleiben. Aber... Wahnsinn. Na ja! Bum Spieler! Bob Bum Spier, Bob Spier, Bob Ker, Bob Spier. Bum Spier. doch dass ich kann wegen dem ding nie am boden land der lobby dran ja ja schon voll gar stimmt ich kann nicht so schlechte idee peter panier nehmen weil ich ein bisschen unbesiegbar genau da war ich gar nicht ein ding es auch glaube ich der nächsten welt super schreiten die ganze zeit so daneben dazu dazu ja das ist eine geile stelle ich hier ausweichen es hat geiles was ihr gesehen ab und wenn du das ding angreifen merkt gerade seid ihr beide tot was macht ihr dann schon wieder da gerade den abgeschossen ich habe hier kugelboost ok wir ganz geilen sachen haben eigentlich schon gehört geil nicht so schwer vielleicht bin ich auch ein bisschen über die welt genau sein es ist nicht mehr in gefahren es war nur um die ecke gewesen experiment the thief it was a moving puppet made by dr finkelstein the doctor is made of moving puppets he is always tinkering with things now listen jack i'd like to thank you and while delivering presents is something only i can do i can give you an idea of what it's like sandy claus alles war er todt wahrscheinlich keine eins im jagen hier bei den ganzen kindern państ hat für den effekt sei der besten kriegen angestellt man hört den schaden den kombo abschluss an ja wenn ich viel kombo plus mache ist das noch heftiger ich war sehen wie du die treppe hochkommst du bist zum düsenantrieb der fliegen kann naja das macht gar keinen sinn wenn du es so sagen würdest, fühle ich mich etwas schlecht für sie Weihnachten schon vorbei Happy Halloween! was ein schönes Besuch ich verstehe nicht, es gibt keine Boxen, keine Rippen in eine Kug Jack, es geht nicht um die Boxen oder die Rippen, es geht um was in der Boxen nein, Säure, was wirklich wichtig ist, was wirklich sehr wichtig ist das aktive geben das geben, um tief in dein Herz zu machen, um jemand anderes zufrieden richtig, natürlich danke, Sally, du bist absolut richtig wait, was ist das? ich fühle mich so strange, so sehr glücklich Jack, das muss sein, das ist Sally's present wirklich? diese wunderbare Gefühl? oh Sally du hast mir das liebste present in der Welt und ich habe nichts zu geben, in return was würdest du gerne? du möchtest? es nennen es absoluten alles das liebste present ich hätte, Jack ist einfach zu sein ist einfach zu sein mit dir du musst das überhaupt nicht fragen oh du musst das überhaupt nicht fragen oh das übersteigt Goofies Vorstellungsfamil ich weiß das ist das, was es so schwer gemacht hat zu entscheiden es ist nicht ein Geschenk es ist dein Herz mein Herz du bist die Zeit ist die Zeit wie? so lange wie sie mit dir sein kann was soll sie noch sein? wie? um geld sagt nichts sie ist größten wahnsinnig ja klar hier eine Szene das hat für mich schon immer so merkwürdig aus jetzt irgendwo eine bombe gepflanzt die ist gerade hochgegangen irgendwie sowas das spielt für kinder hallo also warte sechs ab sechs ja jeder mann die klappe halten bin ich muss mal gerade überlegen oder auch nicht hallo nein das ist natürlich jetzt in der nächsten folge von der kingdom a 2 ich bin habe mich alles für zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge